Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Wizardry 7. So, ich habe mir mal Gedanken gemacht wegen des Rätsels mit den Ohnen und den Münzen. Ich habe mir einfach mal die Informationen, die wir von den Münzen hatten, und die Farben oder beziehungsweise Materialien der Ohnen aufgeschrieben und habe mir da so ein bisschen was zurechtgelegt. Also ich habe jetzt nicht da bärtiges Gesicht, geheimnisvolle Ohne und so zuerst mal in Betracht gezogen, sondern ich habe einfach die Metalle versucht, den Steinen zuzuordnen. Und da bei der Chromurne stand, dass sie Chromgrün ist. Da habe ich gedacht, okay, es mag das auch grün. Dann hatte ich Bernstein, da stand ja sogar noch Sonne dahinter, und Gold würde ganz gut passen, und Kupfer ist ja immer so ein bisschen rötlich, dann den Rubin dazu, und Diamant und Silber, weil sie beide ja so farblos sind, habe ich die mal miteinander kombiniert. Und jetzt möchte ich mal bei der Statue diesen Mondstein verwenden, den wir an der anderen Statue in der neuen Stadt gefunden hatten. Vielleicht bringt das ja was. Wenn nicht, müssen wir uns noch in der Stadt umsehen. Dann bin ich ratlos. Aber wir versuchen das jetzt mal. Und zwar, du hast den Stein. Bitte spiel, bitte, bitte, bitte so ein Erfolgserlebnis, das wäre cool. Ihr haltet den milchigen Stein hoch. Der Stein beginnt zu schimmern. Die Augen der Statue leuchten auf. Ja, ich glaube es funzt. Ein blendenweißer Lichtblitz schließt euch ein. Ist das gut? Ihr findet euch in einem großen, verrußten Raum wieder. Ein permanenter, kühler Lufthaus scheint diesen Bereich mit frischer Luft zu versorgen, doch ihr könnt nicht feststellen, woher diese erfrischende Brise kommt. Ich nenn's mal Progress. Nichts hier deutet auf die Anwesenheit im Hinterhalt lauernder Bewohner hin. Trotzdem ist diese Möglichkeit nicht auszuschließen. Warum Hinterhalt? Wir buffen zuerst mal, ne? Wir buffen. Dann schauen wir uns um. Überraschender Progress. Habe ich dann wohl richtig kombiniert. Du warst der, der für die Rüstung zuständig ist. So, und wir buffen auch wieder das Auge. Habe ich mir fest vorgenommen. Da es er jetzt einmal wieder ein Lebenszeichen gegeben hat, geben wir ihm noch eine Chance. So, Thoralf, du bist Herr des Auges. Geheimnis entdecken. Zack, go. Hier sieht alles ziemlich gleich aus. Hey, wir speichern mal ab, weil ich seit dem Rätsel nicht mehr gespeichert hatte. So. Ach du Kack, hier gibt's. Ah, Luftzug im Sinne von, finde den Weg nach draußen. Wir laufen mal an den Türen vorbei. Ob die Helden oder das Auge irgendwas sagen, dass es zieht? Hm, nein. Okay, dann gehen wir einfach irgendwo lang. Hoffentlich können wir den Dungeon jetzt beenden, weil der letzte Dungeon war ja abrupt zu Ende. So, was gibt's hier an Gegnern? Schleime. Okay, Bodenschleime hatten wir schon mal. Ja, war nicht so das Problem. Mach du mal Pause. Hafer hat da alles nicht so funktioniert. Du schlägst mit drauf und du zauberst uns mal... Ja, mittleres Eisbällchen. Dann schauen wir mal, wie wir klarkommen. Ah, wir haben wieder einen Dungeon gefunden. In dem wir scheinbar überleben können. Oh, der Heimweg ist noch unklar. Okay, das hat zuerst mal besser geklappt, als ich dachte, aber irgendwas lebt noch. Wir kämpfen gegen irgendwas. Gegen imaginäre Schleime. Ich mach die neue Schleimhaut zurück. Jetzt ist er tot. So, wir gehen mal immer rechts rum. Bekannte Taktik. Wieder Schleime. Kriegen wir hin. Du hattest einfach pariert. Du hattest draufgeschlagen und du hattest einen Eisbahl gemacht. Mach mal nur einen Dreier, vielleicht reicht das auch. Nein, da steht dann Fenrias Karte nicht dran, in welchem Gebiet man sich befindet. Vielleicht gibt das Spiel uns ja noch einen Hinweis, wie das hier heißt. Nein, kein Gift. Wir möchten... Daryl. Und Fenria vergiftet. Na, super. Okay. 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 Ich hätte wohl doch einen Vierer-Eisbahl nehmen sollen. So, Fenria macht sich unsichtbar. Und du machst bitte das Gift von Daryl zuerst mal weg. Zwar ein großer Drache, aber ein bisschen Mimüschen, wenn es um Gifte geht. So, Vergiftung heilt. Funktioniert mit Vier. Mach den Schleim mal noch tot. Sehr schön. Oh, endlich mal wieder jemand aufgestiegen. Ich glaube, 18 war Maximalwert. Ich kann Andrea niemals nochmal Klassen wechseln. Niemals. So, dann machen wir mal mit Axt noch ein bisschen weiter. Ah, physisch. Gehen wir. Vortragskunst. Du zauberst relativ viel. Persönliche Wille. Und hier geben wir auf jeden Fall Diplomatie. Wir haben jetzt immerhin eine 32. So, ich habe noch einen Zauber gelernt. Und was will ich denn? Ist nichts dabei, was ich 100% haben möchte. Bezaubern machen wir mal noch. So, dann hat man das geklärt. Dann gehen wir rechts rum weiter und sind dann mit dem Gang scheinbar fertig. Dann gehen wir wieder rechts rum. Oh, das Gift von Fenrir. Kacke. Sorry, meine Liebes. Habe ich ein bisschen verschwitzt. Gleich. Andrea hat sich vorgedrängelt. Mach dich mal unsichtbar. Du zauberst bitte direkt mal Gift teilen. Vier. Auf Fenrir. Du parierst. Die kriegen nicht schon mit der Drachenechse hin. Mach das Viet hoch. Dankeschön. Gift teilen für Fenrir hat funktioniert. Dann kriegst du jetzt noch eine Heilung hinterher. Und dann ist alles tutti. Ein, vier, zack. Alles gut. So, jetzt schauen wir mal, ob bald noch jemand aufsteigt. Ah, 122.000. 73. 24. Ja, Gustav. Gustav. Ja, was dauert noch ein bisschen. Das ist auch neu in Teil 7. Das gab es in Teil 6 auch nicht. Da in der Mitte waren wir schon. Okay, dann rechts rum. Und weiter. Geister. Mache ich mir Sorge. So ein bisschen. Magiegeschoss. Gustav V. drauf. Ich glaube, gegen Eis waren die nicht so empfindlich. Mach doch auch mal ein Magiegeschoss. Ich habe überreagiert und Magiegeschoss hat keine Wirkung gehabt. Dann habe ich was verwechselt. Oder die sind auch gegen Eis nicht so empfindlich. Magiegeschoss. Auch keine Wirkung. Okay. Heißt du. Ich wollte gerade sagen, nur drei Schleime. Nein, das sind nur ein paar mehr. Ähm. Gift. Na gut. Nahkämpfer gehen auf Gift. Ähm. Kriechklebber. Ist der schlimmer oder weniger schlimm? Quatsch. Ich wollte zaubern. Ah, genau. Genau, das weiß man nicht. Geh du mal mit vorne drauf. Du haust auch vorne drauf. Und du zauberst und was dickeres nach hinten. Ein Eisball. Sechs. Können wir uns mal. Bitte seid dagegen nicht immun. Es wäre schade ums Mana. Magiegeschoss vorne. Hat schon mal geziebt. Einer ist tot. Noch einer ist tot. Hinterer rein. Ja, geht. Ja. War gut. Jupp. Hinten wird auch gestorben. So, das könnte der letzte sein. Ja, war der letzte. Sehr schön. Spiel, du könntest mir langsam mal sagen, wo wir hier sind. Einfach mal so, weil ich es wissen will. Ah, Sackgasse. Auge sagt nichts. Wir suchen trotzdem. Und schauen rechts und links nach Knöpfen. Da waren keine Knöpfe. Wir schauen mal auf die Karte. Ja. Wie auch immer. Wie auch immer. Eine Tür. Die wir erfahrungsgemäß nicht knacken können. Und wir haben hier noch keine Schlüssel gefunden. Noch eine Tür. Hm. Ein einsames Ex-Line. Da machen wir uns keine Sorgen. Da machen wir ein bisschen Musik. Du hast drauf und du machst dich unsichtbar. Und komm. Und dann bringen wir sie bitte im Schlaf um die Ecke. Sehr schön. So, langsam müsste Gustav aufsteigen. Ja. Ja. Zack, sag ich doch. So. Dann machen wir noch eins in Schleuder und dann machen wir Kolben und Flegel. So, hier wollten wir Spänen, nee Vortragsgrund geht halt von selbst hoch Spänen scheinbar nicht, weil er hat schon immer sieben Diesen Nenjutsu hat er von Teil 6 noch Wo ich ihn mal als Ranger, glaube ich, hatte Bringt ihm das Hits eigentlich noch was als Priester? Woher kommt die Minus 1? Könnte auch unten irgendwas sein, was er anhat Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Wir machen Spänen, trotz allem Ich vertraue dem Auge nicht Oh, er hat sogar mal zwei persönliche Punkte So, hier Wollten wir auch in Diplomatie gehen Als Backup zu Andrean Ja, ich glaube, das ist gut Wenn es wirklich hart auf hart kommt Je nachdem, wer dann mehr Punkte gekriegt hat Über die Level Wären wir dann besser dran So, mit dir will ich, glaube ich Luft reinigen, wäre so eine Option Lähmung heilen wollte ich mit dir Weil das bisher nur Andrean kam Gut, haben wir das gemacht? Sehr schön Dann rechts herum weiter Wieder ein Gatter Vielleicht gibt es ja auch Knöpfe Ein paar Kieferlein Dann gehen wir bitte zuerst mal auf die Giftigen Denn Gift will niemand Wenn Ria kann die vorderen beiden Einschläfern Du hilfst auch beim Gift Und du machst dich vom Acker Und So, Kieferlein Schlafen So, der Giftkram ist tot Dann haben wir den Kampf gewonnen Machen trotzdem nochmal die Laute Und Hoffentlich lässt das Spiel uns hier wieder raus Bevor die Gegner vielleicht zu schwer für uns werden Das wäre ungünstig Aha Hebel, ich sehe dich Ziehen Der Hebel Ihr zieht den Hebel, aber nichts geschieht Er scheint gebrochen zu sein Der Hebel reparieren Ja, wieso nicht Ihr spielt eine Weile mit dem Hebel herum Und beschließt dann es etwas nachdrücklicher zu versuchen Bald hat sich der Boden mit kleinen Teilen des Hebels gefüllt Jeder schreit jeden an Und letztendlich einigt ihr euch darauf, dass es eben nicht sein sollte Ihr tretet zurück und betrachtet das Ergebnis eurer Handarbeit Das arme Ding zittert nach einem Moment Und fällt mit Mitleid erregend und quietschend zu Boden Absolut tot Das Tor scheint von euren Mätzchen völlig unbeeindruckt leise vor sich hin zu grinsen Haben wir uns jetzt den Weg zur Kiste verbaut? Ich glaube ja Hätte man da vorher ein Handbuch lesen können oder sowas? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht Gehen wir weiter Und denken nicht mehr darüber nach, dass wir eine Kiste nicht kriegen können Hoffentlich ist da nichts Wichtiges drin Der einzelne Munk wird von Andreas übernommen Äh, Andrea, nicht Andreas So, du, du, du Kannst die Munks einschläfern Du knifft es vorne Und du machst dich unsichtbar und go Das wurmt mich jetzt eigentlich tierisch Ich hätte direkt nach dem Reinkommen mehr gespeichert Das wurmt mich tierisch, dass wir da scheinbar nicht an die Kiste kommen Von was hängt War das dann irgendwie sowas wie Glück? Ob wir das hinbekommen oder nicht? Oder zählt das auf die Geschicklichkeit der Charaktere? Andrea hätte das auf jeden Fall hinbekommen sollen Er hat ja alles fast Maximum Viel Fragen So, habt ihr euch sortiert? Sehr schön Oh, ein Munk Ninja Andrean, gib dir mal bitte den Rest Der Rest geht bitte jetzt auf die Vorderen Äh, du kannst die Vorderen bitte einschläfern Der finster Munk hinten sollte uns eigentlich nichts können Du hörst mit dem Ninja und du machst dich unsichtbar Ah, unsere Zauberklinge ist schon ausgelaufen Wir müssen eh gleich ein Nickerchen machen wegen Fenrir und anderen So, sortiert mal bitte schneller So An die einen und zwei finster Munks Andrean, geh du auf den Vorderen Der Rest geht freiwillig auf den Hinteren Ähm Du spielst nochmal die Laute Du hilfst Andrean und du machst dich vom Acker Und go So So, haut's um Nicht blenden Das will keiner Die hinteren sind geblendet Nicht so schlimm Hättet ihr zumindest die in einer Zeile wegräumen können Oh mein Gott Nochmal die Laute Du hier vorne Du machst dich unsichtbar Ist halt besser, wenn die hinten Die Leute geblendet sind Als die Nahkämpfer vorne Weil die sollen nämlich eigentlich die Mönche töten So So, Nickerchen Ich denke immer noch über diesen Gottverdammten Hebel nach Noch mal ein Kampf Zwei Geister Magie Stoß Zack Ah, der Rest pennt eh noch Ah, Magie Stoß Hä? Magie Stoß wirkt bei denen nicht Okay Hm Der wird verwirrt Andrean hat Angst Fenrir auch Thoralf auch Das fängt nicht gut an Thoralf, könntest du mal bitte wach werden, wenn du schon Angst hast? Das würde gerade helfen Dann hat nicht Äh, dann, dann mach Ah, die Stille Stille, Stille, Stille Leier Da, hier Schauen wir die mal Okay, zur stillen Leier kam's nicht mehr Gustav und Thoralf müssen auf die stille Treppe Weil sie Alles verpennt haben Gustav wird wach Nein Nein, bitte nicht So, noch mal schlafen So, Fenrir vormachen Und dann geht's weiter So, vorher buffen wir aber noch die Klinge Zack Und go Gefühlt nimmt das hier alles kein Ende Und Moment, da war was Was ist das? Ich wollte den Knopf drücken Eigentlich kann man da auch klicken Nicht nur suchen Na gut Ähm Mönche umkloppen Du machst bitte die hinteren schläfrig Du haust vorne mit drauf Und du darfst Mal noch ein Eisball reinkloppen und go Oh, wir müssen in die Pause Ich gehöre mich um die Mönche Könnt euch drauf verlassen Und dann schauen wir, was das da an der Wand ist Also, bis gleich Bis zum nächsten Mal Tschüss